Hoop, liebe Leute! Ich befinde mich heute in Leipzig, gerade auf dem Weg zum Impericon Festival. Heute das erste Mal offiziell als Presse. Ich gehe jetzt gleich zum Presseeingang und mein Pressepass ab, kriege ein Pressebändchen und dann bin ich Pressealler. Geil! Wir treffen jetzt gleich noch den Markus, den ihr vielleicht noch von dem Interview kennt. Der Mann mit dem Weltrekord. Ich war noch nie hier, das ist mein erstes Mal. Ich bin sehr gespannt. Grüß dich! Mal gucken, ob das jetzt hier alles klappt. Ich würde mich sehr freuen. Danke dir! Viel Spaß! Ja, perfekt. Es ist auf jeden Fall schon ordentlich Geschrei am Start. Das hören wir gerne. Und am Dünner angeschrien werden in der Schwitzigalle bei dunklen Kittons. Es gibt nichts besseres. Wir haben jetzt die Hälfte von Pale das nicht gekriegt. Ich sitze jetzt hier gerade mal oben auf der Tribüne. Das ist schon mal geil, dass es zwei Bühnen nebeneinander sind und die sich immer abwechseln. Da bin ich immer ein großer Fan davon. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich kenne viele Bands, die dieses Jahr im Lineup sind, nicht so gut. Aber es wird trotzdem, glaube ich, ein geiler Tag. Wir sind jetzt erst mal drin. Ich habe jetzt hier mein Pressebändchen gekriegt, Anna. Es ist immer noch so fucking surreal. Ich hoffe, ich komme dann auch damit in den Graben rein und so und dann machen wir heute ein paar richtig geile Shots. Ich gebe jetzt erst mal meinen Rucksack ab und dann gucke ich mir mal ein bisschen das Gelände hier an und dann werden wir uns einfach auch ein bisschen Musik um die Ohren ballern lassen. Let's go! Alright. Rucksack habe ich jetzt abgegeben. Ich habe mir auch schon mal so einen kleinen Überblick verschafft. Es ist tatsächlich nichts Wildes. Also es sind halt zwei Bühnen in der Halle. Es gibt hinten eine Tribüne. Es gibt einen Außenbereich, wo es auch ein bisschen Essen gibt. Es ist sehr übersichtlich. Das Wetter draußen ist so geil. Ich habe gedacht, ich chill mich jetzt hier noch mal kurz an diesen Tümpel, Teich, was auch immer, der hier vor der Messe ist. Vielleicht gehe ich auch gleich noch mal in den Glovers, mir noch ein, zwei Bier holen. Die Preise drin sind aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, relativ erträglich. Es ist jetzt vor allem um 12 und Einlass war hier schon 9.30 Uhr. 10 Uhr hat die erste Band angefangen. Es ist irgendwie schon wild, dass du dann am Samstag früh um eine Szene hier sein kannst und dir den ersten Moshpit aufmachen. Das musst du dann schon ganz schön wollen, ey. Cheers! Ich besuche die Metal-Fans in ihrer natürlichen Umgebung. Ihr lebt das mit dem Festival, ne? Wir wollen gleich Frankenborn spielen. Das ist noch besser. Ja, los, dann machen wir es. Oh, Mann, ey. Jetzt kannst du ja so photoshoppen, dass du es getroffen hast. Du hast eine Explosion. Bam! Alter! Stopp! Kannst du eine Explosion rein photoshoppen? Ja, auf jeden Fall. Auf dem Parkplatz ist das Festival Feeling da. Nachdem ich jetzt zum Flankybord eingeladen wurde und so noch ein Bier getrunken habe, habe ich auch leicht ein Sitzen. Aber auf jeden Fall stimmt da der Vibe. Also es ist schon schön, dass da auch diese Festivalkultur ein bisschen embraced wird. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal wieder rein und geben uns ein bisschen Geballer auf die Ohren. Das gleicheuufte. Was ist das? Ja, das ist das ein Film. Das ist ein Film. Come on! I gotta carry it! The truth is paradise, yeah! Oh my God, I love you! We need Tony! Tony, come to us! And he's ready for today! Go! Go! Head up! Go! Get back to the ground! Let's get back to the ground! Let's go! Come on! Come on! My heart is falling in my breath I saw You wanna fuck it up? You gonna get me down? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Pizzade mit Pizzade! Opa! Pizzade mit Pizzade! Pizzade mit Pizzade! Wir freuen uns, dass ihr wieder am Start seid. Ihr habt euch angemeldet. Wir brauchen auf der Bühne als erstes Livia. Hallo Publikum! Hallo Livia! Konfiguriert auch 1A. Livia, hier bist du mit den Looney Tunes. Wir haben jetzt ein paar Bands geguckt. Ich habe jetzt auch noch ein paar Freunde getroffen. Wir werden jetzt erstmal zum Globus laufen und uns irgendwas zu essen organisieren. Auch wenn die Preise hier an sich eigentlich voll okay sind. Aber man muss ja sparen, wo es geht. Der feste Sommer geht ja auch gerade erst los. Und wir haben ja noch viel vor und es klappt auch nicht überall mit dem Pressepass. Deswegen abonniert mal den Titel vor, damit es in Zukunft ein bisschen besser klappt. Na, ist doch so. Hallo, wir sind heute beim Pericon Festival. Okay, 2 Leberkäse für 1 Euro beim Globus und ein Sterni später. Wir sind jetzt wieder vor Ort. Gucken wir, ob ich jetzt noch ein Stoffbändchen kriege. Weil ich habe ja hier nur so ein Pressebändchen. Und dann gehen wir wieder rein. Und dann wird es wahrscheinlich einfach den ganzen Abend weiter ballern. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran. Für alle anderen. Schön, dass er dabei war. Wir sehen uns im Pit. Und dann bin ich sehr gespannt, wie heute die Stimmung bei SILA Dying sein wird. Es gab ja schon so ein paar Leute, die irgendwie sich gefragt haben, muss man den buchen? Es wird auf jeden Fall noch ein spannender Abend, Nachmittag, was auch immer. Und dann ist mal wieder los. Das ist ein bisschen das Yanke dispuckt. Das ist ja Zeit, dass wir jetzt haben. Nachmittag, dann ist die politische Vorstehung. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. I love you, I love you Jesus 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 I love you Everybody I love you Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! So much again They won't be seen if we assist Let's go for the fucker The fucker's way to shield Get the gun to see me Get the gun to see me These guys will be in vivo So much again The other black people The sound of the sound of the voice The sound of the sound of the sound of the sound Ja, 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 ja. Alter, ey, langer Tag. Junge, Junge, hast du noch was zu sagen? Oh Gottes Willen, auf ein erfolgreiches Jahr 2025. Ohne euch wäre ich heute nicht hier gewesen. Ich weiß das übelst zu schätzen, dass ihr euch diesen ganzen Kram reinzieht. Danke, dass ihr mit dabei seid. Alter, das ist halt wirklich ein geiler Trophäer, ey. Und das war's vom Impericon-Festival in Leipzig. Sorry, dass das heute ein bisschen chaotisch war. Ich war ein bisschen damit überfordert, dass ich in den Bühnen graben durfte. Es war ein sehr schönes Festival, muss ich sagen. Gibt eigentlich nicht viel zu meckern. Der Highlight des Tages war auf jeden Fall YG Sleeps. Kranker Auftritt, hat übelst Bock gemacht. Danke Impericon für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Gerne wieder. Das war's von hier aus der Messe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Pit Report und weitere News, Reviews, Berichte und alles weitere rund um die Live-Branche nicht zu verpassen. Und wir sehen uns im Pit, Alter.